Ja, da sind wir auch schon wieder zu Let's Play Deadman's Hand. Es geht weiter mit dem Level Hell of Lever, Lever, weiß ich nicht. Äh, normal. Ready, auf geht's. Poker. Probieren wir mal das. Das ist besser. Okay. Oh, okay. Ah, verdammt. Ich kann das Pferd nicht lenken. Das Pferd kann ich nicht lenken. Mist. Mist. Das Pferd, das Pferd, das Pferd, das Pferd. Aber verlassen die denn ihre Mini-Gunz? Was ist das ja? Mann. What? Mann, der ist doch mittendrin. Annehmen das Pferd. Ich bin ja egal. Mann. Mann, du musst dich jetzt helfen. Mann, du musst dir helfen. So was Blödes aber auch. Juhu. Ah, Mist, der Nebel. Ah, Hund, verstör. Hund, du störst gerade. Ja, du willst gekrault werden, ich weiß. Aber ich kann so nicht zielen. Oh, Hund. Ich kann so nicht zielen. Hund. Äh, ich hätte die Tür zu machen sollen. Haha, wer bindet sich an dem Pferd fest? Oh, Mann, zählt der gut. Oh, Mann, da wirst du drin. Oh, Mann. Oh, Mann, das ist vielleicht ein Scheiß. Das ist so schwierig, hier zu zielen. Weil die Maus immer mitgeht. Äh. Bei jeder Drehung. Mann, das ist vielleicht ein Scheiß-Level. Äh, ich mag das nicht. Hä, dann? Wo kommt der denn plötzlich her? Ja. Ah, Hund. Die Seite kannst du ruhig. Ja, komm. Na gut. Oh, Mann, da. Machen richtig aufmerksam, glaub ich. So. Machst du das schon? Ich hoffe. Jawohl. Jetzt bin ich stolz auf mich. Ja, neuer Highscope. Firefight, down below. Okay. Normal, bitte. Neue Shotgun. Finde ich gut. Mal wieder Poker spielen. Für Munition. Probieren wir mal das. You have nothing. You lost all. Zum Glück habe ich ja noch nichts gewonnen. So. Flaschen zerstören. Ach, von da komme ich. Wut, wut, wut. Hä? Ah, mal die neue Shotgun ausprobieren. Oh, die trifft hier gar nichts. Was ist der Trickshot? Genau so wie vorher auch. Ich nehme mal lieber meine... ...geliebte Pistole. Schade, den hätte ich gehabt. Mann, Pistolen. Mann, wie ich das nicht mag, dass da einfach nur die Hüte runtergeschossen werden. Hinten, was denn? Ich hundred. Ich Copyright Junior. Ah, mal die Nummer sicher. Ah, genau, jetzt. Okay. So gut war das gerade nicht. Was ist hier? Das Leben. Und das sind Gegner. Ihnen noch? Ah, komm. Jawohl. Dynamisch. Ach, da muss noch einer sein. Ja, ich muss aber auf die andere Seite. Na komm, du blöde Flascheiser. So geht's hier lang. Äh. Okay. Leben. Sehr wichtig. Munition. Run. Das hat's gebracht. Ah, einfach nicht springen. Ach ja. Ha! Sie senden ein Juni an den Job. Hm. Ja, ihn hätte ich auch anschießen können. Mann, hier sieht man immer erst hinterher. Voller Arsch. Hm 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 hm. Hm 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 Jetzt brauche ich Leben. Leben, Leben, Leben. Dummdi-Dum. Da ist doch einer. Gut, dann eben nicht. Sah nur so aus. Oh, Mann. Okay, holen wir uns nochmal Leben. Einfach nur dumm rumstehen, ist vielleicht auch nicht die sinnvolle Art. Schaffen wir nochmal einen Sprung hier hoch? Na klar. First 8-Cat. Da ist noch was. Hm, zu früh er explodiert. Aber ich sehe nichts, nimm die Waffe da weg. Ah, genau durch. Geht doch. Leben auf dem Weg, das ist doch gut. Nicht explodiert. Oh, wieder nur der blöde Hut. Äh. Der Hut ist mir vollkommen egal. Zack. Zack. Ja, wahrscheinlich muss ich so unten durch. Ah, nee, ich wollte doch nur das Leben. Aussteigen, aussteigen. Mann, da... Mann, da... das ist doch super cool. Der konnte mir wahrscheinlich nicht abschichten. Der Könnte mir wahrscheinlich nicht abschißen. Mann, das Dig ist wohl ganz klar. Mann, der Hör driftet- Mann, das nennt mal YouTube mal. Mann, ihr könnt mir wahrscheinlich nicht abschißen. Mann, der stimmt mich nicht. Mann, das ist mir gerade sulph. Mann habe mich, das 我ланik. Vielen Dank.